Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Es ist soweit, man kann in Minecraft ab sofort den Enderdrachen reiten. Sitzt jetzt noch ein bisschen weird hier oben drauf, aber das funktioniert einwandfrei. Natürlich nur mit einem kleinen Trick, aber es ist möglich. Ich bin ganz normal drauf auf dem neuesten Snapshot 23 wie 303a, genau, Vanilla Snapshot. Hier ist nichts weiter passiert, neuer Snapshot ist dann raus, wir sollten uns mal angucken was passiert. Zuerst habe ich gedacht, ja okay, wir haben jetzt nicht ganz so viele Features, aber ich habe mal ganz genau hingeguckt. Das ist ein Snapshot für die 1.19.4, noch nicht für 1.20, aber 1.19.4. Und so wie es aussieht, ist da doch noch ein kleines bisschen mehr drin als gedacht. Oh mein Gott Leute, ich würde sagen, wir tauchen da mal komplett rein und ich werde euch mal zeigen, der Command Staff hat sich langweilig angehört, aber ich zeige mal gleich was damit abgeht, da ist noch ein bisschen was da richtig reingehört. So, damit wir vom Drachen runterkommen, by the way, einfach wieder sneaken und dann bin ich abgestiegen. Ja, mit dem Command kommen wir auch wieder drauf, nur so nebenbei. Ich werde hier den Command, seht ihr, wenn wir daran denken, kommen wir auch noch in die Videobeschreibung rein, dann könnt ihr das selbst mal auch probieren, wenn ihr auf Drachen reiten wollt. Geht leider nur mit Command, aber dafür gibt es noch ein paar andere Dinge, die ebenfalls auch ganz, ganz magisch sind. So, zunächst mal, man kann ab sofort mit Pfeiltasten durch das Menü hier durchtippsen, ich weiß nicht, ob das ganz relevant für viele von euch ist. Und in den Videoeinstellungen haben wir jetzt bei den Accessibility Settings, wo haben wir es denn, AutoJump standardmäßig auf Off. Also man muss das nicht mehr händisch auf Off stellen, es ist standardmäßig aus. Oh mein Gott, ich habe da ungefähr nur ein halbes Jahrzehnt drauf gewartet, dass es endlich passiert, von daher alles klar. Achso, nur so nebenbei mit dem Command kann man sich natürlich nicht nur auf Enderdrachen setzen, sondern auf alle anderen Mobs. Und ich habe ein bisschen rumprobiert, wir könnten uns einfach mal eine Kuh nehmen. Dann sollten wir ohne Probleme auf der Kuh drauf sitzen und reiten. So, ab sofort ins Kriegsgetümmel, wenn alle mit ihren Schlachtrösslern dastehen, komme ich einfach mit einer Kuh angedribbelt und klatsch alle weg. So, du kannst auch verschiedene Sachen aufeinander reiten. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier ein Out of None packen, wenn ich einen Chicken nehme, dann müsste man das ebenfalls da drauf machen können. Also wenn ich jetzt hier Limits gleich 1, ihr müsstet mal auf 1 limitieren, weil es kann immer nur ein Tier auf ein anderes Tier drauf. Und dann seht ihr auch schon, dann sitzt hier oben ein Chicken auf einer Kuh drauf. Das kann halt selbst nicht schiften, deswegen bleibt das da. Man könnte das jetzt endlos aufeinander stapeln. Du kannst noch einen zweiten, dritten, vierten und so weiter und dann hast du eine riesige Wurst von Tieren, die durch die Gegend läuft. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gab es den Kommand schon auf der Bedrock. Leider gibt es ihn, oder gab es ihn bisher noch nicht, in der Java-Version. Und es wurde mal Zeit, dass der hinzugekommen ist. Ich hoffe, da wird noch das eine oder andere kommen. Es gibt noch ein paar schöne Bedrock-Commands noch. Der Slash-Damage-Command, von dem habe ich aber noch, keine Ahnung, ich glaube, der soll ganz cool sein. Wird mich freuen, wenn der auch mal, oder wenn je mehr Kommandsstaff in Java auch mit reinkommt, umso besser. Und man kann aber jetzt nicht einfach nur Tiere aufeinander reiten lassen. Und jetzt kommen wir eigentlich zum besonders interessanten und geilen Teil, den ich hier schon wieder vorbereitet habe. Also Enderdrache war schon sehr pompös, was in dem Snapshot funktioniert. Wie gesagt, 23, 203, aber es gibt noch ein paar andere Dinge, die vielleicht interesting sind, auch für Databags etc. Aber warte, 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 warte. Ich mach was und ihr sagt, ob das cool ist, okay? Ihr müsst, ihr müsst ein Databags da verstehen oder vielen Command-Staff drin sein, aber generell zum Verständnis ist das ganz geil. Ihr kennt ja vielleicht halbwegs das Skyblock, wie man von Insel zu Insel springt, über diese Schleimblöcke sozusagen. Ja, ist das zufällig etwa so? Oh, oh, nee, ich hab den falschen gedrückt. Ich hab schon wieder meine Pornte vorweggenommen. Ah! Den hier muss ich. Man kann nämlich auch Entities reiten, die halt keine Tiere sind, sondern sowas wie Schneebälle. Und bisher war es immer so, dass man Spieler nicht in NBT-Taten verändern kann. Also du kannst ihnen keine Motion zum Beispiel geben. Also ich könnte nicht sagen, ey, gib mir mal eine Motion von, keine Ahnung was, 10 kmh in die Richtung. Dann fliegst du wie eine Kanonenkugel durch die Map. Funktioniert nicht. Aber ich kann Entities, wie zum Beispiel einen Schneeball, schießen. Ich hab denen eine Motion gegeben, dass der in einem Bogen fliegt, in so einer Kurve, wie auf Hypers Skyblock, ihr das kennt, von Insel zu Insel. Und dann gehen wir einfach mal hin und mounten einfach einen Item oder eine Entity vom Typ Schneeball. Nehmen wir einfach die nächste und dann plupp. Bang! Und dann sitzt du praktisch reiten da drauf und du steigst ab, wenn der Schneeball auf dem Boden auftritt. Und hier drüben, hat man das auch schon gesehen, wenn ich hier draufgehe, ich kann so auch eine Feuerkugel einfach nehmen und der eine Motion geben. Und gut, die Feuerkugel wird natürlich langsamer, leider, und fliegt nicht ewig so weiter. Und sonst hab ich gedacht, ey, geil, einfach senkrecht geradeaus zu liegen. Ein Schneeball macht hier aber eine Kurve und fällt zu Boden. So eine Feuerkugel, die behält ihre Motion in einer Richtung. Das Einzige, was wir machen können, also auch so mal ganz wild, wollen wir dir mal richtig Speed geben? Ey, komm, wir geben dir mal richtig Speed. Ich mach mal zehnfach, okay? Plupp! Hoi! Oh mein Gott! Das, das, das war schon ein bisschen schneller. Habt ihr das gesehen? Oh, da sag ich nicht nein. Okay. Ähm, die Frage ist, was passiert, wenn ich es auf 1000 stelle, dann crasht wahrscheinlich das Spiel oder so. Achso, also das war, glaub ich, die schnellste Bewegungsart, die ich bisher in Minecraft je gesehen hab. Wir haben einfach Super Speed revolutioniert. Bam! Ja, das macht schon Spaß. Irgendwann würden halt die Chunks nicht wahrscheinlich herkommen zu laden, aber da sag ich nicht nein. Ich find's krass, dass die hier bleibt. Was man machen könnte, man könnte jetzt ein Repeating Command Block machen und der immer wieder neue Demotion geben. Und dann wird man ewig in eine Richtung fliegen mit Super Speed und, weißt du, so ein paar Spielereien und das ist schon wieder nett. Ähm, aber da gibt's noch ein kleines bisschen mehr, äh, wo ich jetzt nicht ganz zu tief reingehe. Ich hab, glaube ich, genug Command Zeugs, äh, geworfen, aber es gibt eine neue Variante im Command, eine neue Option, was auch extremst mächtig ist. Execute und jetzt nicht nur if oder, äh, in, sondern auch noch on. Und dann können wir folgendes machen. Wir können beispielsweise execute on attacker, ähm, also beispielsweise execute, äh, execute as, add as, on attacker, so as, ich bin der Ausführende, also wenn mich jemand angreift in den letzten fünf Sekunden, sozusagen, dann linken, wird die Entity von mir und dem gelinkt. Ich meine, ich kann Sachen auf meinem Angreifer ausführen, wie zum Beispiel dem Extraschaden geben oder sonst was. Und das ist super heftig, das ging vorher nicht, weil man irgendwie Entities erst linken musste, um sie zuordnen zu können und jetzt kann man das easy machen. Ich könnte, ähm, wenn mich jemand an der Leine hat oder wenn jemand Entity an der Leine hat, praktisch das ausführen oder wenn man ein Owner von einem Hund ist, sozusagen, kann man was ausführen. Oder wenn man reitet auf einem Tier, weißt du, dass man halt irgendwie gelinkt ist oder wenn man sein Ziel, wenn ich also jemanden schlage beispielsweise, dann kann ich auf dem direkt einen Command wirken lassen. Das ist so geil für Mapmaker, das ist komplett abartig gestört, aber, ähm, wie gesagt, man muss da ein bisschen ins Detail gehen, man kann so, 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 so viel machen und das war echt eine sehr, sehr geile Sache. Äh, aber vielleicht, ihr merkt, ich bin ein bisschen begeistert, ich bin auch gerade wieder am Stone Tech 2 Data Back entwickeln und da könnte man theoretisch viel machen. Wollen wir hoffen, dass das auch dann wirklich nicht 1.19.4 kommt, weil 1.19.4 Snapshot heißt ja nicht, dass es auch so drin bleibt. Vielleicht kommt man ein bisschen mehr, vielleicht erinnert sich ein bisschen, aber wenn das jetzt schon so bleibt, wie es ist, dann ist das schon echt nice. Das heißt, dann kann man richtig viel mitmachen. Übrigens, die Kugel wird doch explodieren, wenn ihr... Oh, seht ihr? Ha! Ey, warte, 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 fliegt nicht zurück. Ah, die Witte ist, fliegt nicht wieder zurück. Okay, gut, die ist einfach jetzt... Das war nicht schlecht. Zwei Kugeln aufeinander und die eine wurde zurückgekickt. Das war cool. Okay. Dann eine kleine Sache noch, wenn ihr einen Armor Stand, by the way, nehmt, den benennt im Amboss und dann könnt ihr ihn platzieren, abbauen, platzieren, abbauen und dann behält jedes Mal den Namen. Früher ist der verschwunden und, äh, das ist nicht mehr der Fall. Armor Stand bleiben also benannt. Was recht cool ist. Und dann... Oh, ich hab noch was vergessen. Tut mir leid, geht nochmal Richtung Command-Seite. Ich weiß, aber das ist sehr, sehr geil. Wait for it. Erstmal, ihr könnt jetzt... Ihr kennt ja den Clone-Command, wo ihr zum Beispiel einen Baum nehmen könnt. Clone den Baum, packt ihn woanders hin. Das ist so ein Copy-Paste-Tool, mehr oder weniger für den Game-Mode. Wo man Blöcke oder Strukturen sich schnappen kann und duplizieren kann. Beispielsweise, wenn man zweimal dasselbe Haus irgendwo platzieren möchte oder whatever. Und interessant ist jetzt, man kann das zwischen verschiedenen Dimensionen machen. Also mit Clone, From und dann kannst du dir aus dem End irgendwo Start-Koordinaten nehmen und die in die Overworld kopieren. Also ich könnte jetzt hier hingehen wahrscheinlich. To Overworld und dann hier. Mal gucken, was rauskommt. Position ist noch loaded. Ah, weil die Chunks nicht geladen sind. Okay. Wir müssen natürlich noch die Chunks im End erst laden. Das könnte man mit einem Forceload machen. Aber dann könnte man aus dem End etwas herkopieren. Was, glaube ich, auch extrem geil ist. Aber nicht nur das, pass auf. Es gibt noch eine weitere Sache. Und zwar, man könnte auch die Menge an Blöcken, die man mit Fill-Commands, die man mit Clone-Commands beispielsweise oder mit Fill-Biom auf einmal füllt. Die ist ja limitiert. Du kannst immer nur ein Fill so um die 35x35x35, mehr geht ja nicht machen. Weil das auf 32.000 irgendwas Blöcke begrenzt ist. Das hat mich immer gestört. Ich hätte das eigentlich immer gerne mehr. Ich habe immer Probleme damit, das richtige Volumen abzuschätzen. Aber es gibt eine neue Game-Rule. Und die Game-Rule heißt Command-Modification-Block-Limit. Und das kann ich ja mal tippen. Und die ist aktuell da. 32.768 Blöcke. Mehr kann man nicht mit einem Command holen. Und was ist denn, wenn man jetzt hier hingeht auf 100.000 einfach mal macht. Dann habe ich 100.000, oh mein Gott. Auf eine Million, yes. Das heißt, ich kann gigantische Stellen auf einmal füllen. Machen wir mal 98, 98, 98. TNT. Hat es geklappt? Ne, war zu viel. Warte kurz. Oh nein, 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 nein. War nicht zu viel. Der hat das gemacht. Der hat das gemacht. Der hat das gemacht. Okay, gut. Habe ich richtig gerechnet. Der hat jetzt 970.000 TNT-Blöcke platziert. Ich wusste noch, als ich früher mal TNT-Experimente gemacht habe, wie viel die Welt aushält. Da bin ich hingegangen und habe immer Würfel gemacht. Und ich habe festgestellt, okay. Über eine gewisse Größe kann ich den Würfel gar nicht machen. Irgendwo ist halt das Limit. Und ich bin bei den 32.000 Blöcken. So. Aber jetzt habe ich das auf 100.000 hochgestellt. Und jetzt kann ich auch 100.000 TNT auf einen Schlag setzen. Ich glaube, die haben das früher einfach nicht gemacht wegen Lag und sowas. Dass das begrenzt war. Aber das hat doch gerade gewaltig geruckelt. Ich habe die Aufnahme beendet und dann ist der Würfel aufgetaucht so langsam. Und ja, Leute. Wir haben 100.000 TNT beispielsweise auf einmal gerade gesetzt mit dem einen Command. Das ist ja wieder komplett crazy. Also das würde ich, glaube ich, irgendwie standardmäßig mal hochstellen, damit man auch große Strukturen mal von A nach B kopieren muss. Nicht, dass ein Einzelteil macht. Selbst wenn ich in meinem Craft-Tech-Test-Welt meine Testhäuser kopieren würde von A nach B. Die muss ich jetzt in mehreren Teilen machen, weil ich nicht eine groß genug Auswahl machen kann. Aber wenn ich das jetzt auf 100.000 erhöhen kann, passt ja jedes Haushalt rein. So, aber bei der Standardwahl passt eben nicht jedes Haushalt rein. Wenn das länger als 30 Blöcke oder so. Das kannst du vergessen, wenn du deine Würfel machen willst. Okay. Leute. Extremst, extremst nice. Ich bin gespannt. Das hat sehr, sehr viel für Command-Features gemacht. Ich hoffe natürlich auch, dass bald vernünftige 1.20-Snapshots kommen werden mit neuen generellen In-Game-Features. Das heißt, wir haben da Kamel und alles mögliche gehabt. Wer noch nicht weiß, was mit 1.20 abgeht. Das nächste Big-Content-Update. Da sollte man auf dem Kanal gucken, gibt es eine extra Playlist für. Und ich würde es ansonsten kurz halten. Das waren, glaube ich, die wichtigen Sachen aus dem Snapshot. Wir sehen uns im nächsten Video. Und es ist einfach ein Command-Traum. Wollen wir hoffen, dass das so kommt. Bis dann, lass gachen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.